Bist du sicher, dass sie uns nicht erkennen werden? Wenn du tust, was ich sage, erkennen sie uns nicht. Und wenn du deine verdammte Klappe hältst, dann machen die auch nichts. Ich weiß nicht, mein Ohmann. Mach dir doch bloß nicht in die Hose. Wir beide sind da im Nullkommanichts wieder draußen. Da hast du es nicht nötig, abzudrücken. Zack, so schnell geht das.